Moin Moin und herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Forever Stranded und heute werden wir wieder zusehen, dass wir wieder ein bisschen mehr Iron herstellen. Ich habe nämlich gerade ein bisschen was rausbekommen aus der Kiste bzw. ich habe glaube ich zwischenzeitlich mal mich abends glaube ich hingesetzt und ein bisschen das Spiel laufen lassen und stand dann daneben, weil hier war ordentlich, hier ist ordentlich was drin gewesen an Iron Dust und deswegen passt das eigentlich ganz gut. So, das ist da. Wie sieht das hier aus? Ich muss noch ein bisschen weiter gucken, dass ich hier alles rausbekomme. Da ist jetzt, da fehlt ein Inget, ne? Okay, da fehlt ein Inget. Das können wir eigentlich mal ganz kurz machen. Den können ich einmal reinschmeißen und den haben wir nämlich genügend Zeug zusammen. Wie viel haben wir denn von Iron haben wir von Iron haben wir einen Block und ein Inget, genau. Und jetzt habe ich hier unten habe ich acht Ingets. Na, komm. So, jetzt haben wir wieder einen Block. Genau, der kann raus, der kann rein. Und dann holen wir jetzt gleich das Iron da raus und schieben. Obwohl, wir können hier auch, wir können hier auch nachschieben, genau acht Stück. Dann kriege ich da nämlich auch gleich wieder einen schönen Block. Da haben wir jetzt nämlich gleich zwei Blöcke hier dran, ne? Genau so machen wir das. So, und dann gucken wir mal weiter. Ich habe ja oben den Coke Oven aufgestellt, ne? Da weiß ich jetzt noch gar nicht. Wie war das denn jetzt mit den Quests dafür eigentlich? Wie war das nochmal mit den Quests dafür? Also, Basic Survival. Okay, da bin ich jetzt nichts bei. Hier bin ich ja bei, ne? Stimmt, wir wollen ja die Waterpomp als nächstes bauen. Und dafür müssen wir ja, brauchen wir ja das, müssen wir ja einmal Kohle oder doch Kohle in den Coke Oven schmeißen, damit wir auch später das, diese, das Öl da wieder rausbekommen. Genau, Öl ist es ja. Und mit dem Öl können wir dann, können wir dann Holz einfärben. Und dann können wir mit dem eingefärbten Holz, können wir die Windräder erstellen oder die Wasserräder, je nachdem, was das gerade war. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Und wenn wir das denn haben, dann haben wir auch wieder eine Quest erfüllt. Genau diese hier, nämlich die, die Waterwheel Segments. Genau, die sollen wir als nächstes bauen. Alles klar, so machen wir das. Ich weiß, ich soll auch nochmal in die Stadt gehen. Das war mir auch ziemlich, da bin ich mir auch, das weiß ich auch. Und genau, das ganze Iron brauchen wir für Dings, ne? Wir wollten ja eine Vakuum Chest bauen. Dafür bräuchten wir aber einen Alloy Smelter, ne? Also ein Alloy Smelter war, glaube ich, auch noch ganz, ganz wichtig. Da waren wir, glaube ich, gerade bei. Alloy. Alloy. Ne, Alloy, ne? Alloy. Genau, Alloy Smelter. Der war wichtig, den wollte ich bauen. Und hier brauchte ich sehr, sehr viel Eisen. Genau, genau, genau. Hier brauche ich ein bisschen Cobblestone, das ist aber nicht das Problem. Können wir das schon, können wir den schon craften? Ich bin mir nicht sicher, mit dem ganzen Eisen, was ich jetzt hier so besitze. Lass mal kurz gucken. Habe ich hier jetzt noch ein bisschen, ist hier noch ein bisschen, ne, da ist noch ein bisschen Iron Power, oder mehr ist das nicht? Hier ist noch Iron Ore Dust. Das sind da auch drei Blöcke, ne? Äh, drei Ingles, oder? Da, glaube ich. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, müssten das da auch drei Ingles werden. Dann können wir das nochmal schnell reinwerfen. Und dann, oh, ich habe aus irgendeinem Grund, habe ich da oben jetzt die FPS dazu geholt. Mit irgendeiner Taste habe ich die eingestellt. Passt mal auf, das war die F12 angeblich. Aber das ist ja witzig, dass das, dass das wieder angegangen ist. Bin ich noch am Aufnehmen? Ich glaube ja. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Das ist dieses Geknacke, ja, alles klar, ich bin noch am Aufnehmen. Das ist, ich habe das schon mal gehabt, da war irgendwas gewesen, und da musste ich irgendwas umstellen, und dann war auf einmal, war auf einmal die ganze Aufnahme nicht mehr da. Und das ist, das wäre jetzt hier, richtig scheiße, war aber forever stranded, da nehme ich ja immer ein bisschen mehr am Stück auf. Wenn denn da mal was verschwindet, das ist richtig Mist. So, wie sieht das jetzt hier hinten aus? Weil wenn wir nämlich die Vakuum Chests dann haben, dann können wir da richtig, dann können wir hier, dann können wir hier unten richtig ungestört arbeiten. Beziehungsweise können das alles hier ungestört arbeiten lassen. Sagen wir es mal lieber so. Oh, ich habe es schon rausgelassen, aber egal. Das passt ja trotzdem. Ich hoffe, meine Lava reicht noch aus. Habe ich hier nicht eigentlich schon wieder Lava drin? Doch, ein bisschen was ist drin, aber ich kann da mal wieder was nachlegen. Zack, 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 zack. Genau. Dann ist das nämlich auch gleich vollgefüllt, und ich kann mir sicher sein, dass dann da ordentlich was kommt. Alu habe ich halt unheimlich viel, ne? Echt insane viel. So. Okay, jetzt haben wir gleich, jetzt haben wir, glaube ich, genug. Oh, sag mir jetzt nicht, das ist nicht leicht. Hat da einen Block gefehlt? Das waren noch, drei waren noch drinne. Hat da einen Ingrid gefehlt? Ach ja, stimmt, drei waren drinne, und ich habe fünf nachgelegt, also sind es eine acht. Oh, ich bin ein Dussel. Okay, lasst uns mal ganz kurz hochgucken zum Coke-Oven. Und zwar muss ich ja beim Coke-Oven, da muss ich ja ganz normale Kohle reinwerfen, glaube ich, ne? Oder habe ich das schon gemacht und weiß es nur nicht mehr? Warte mal, das war ja hier in der Halle. Und da kam auch ein Tipp, ich soll eine Verbindung von der Halle rüber zum Raumschiff machen. Das ist auch eine ziemlich gute Idee. Das werden wir dann... Okay, ich habe hier keine Kohle drin, weil wir, glaube ich, gerade keine Kohle haben, ne? Ich glaube, ich habe insgesamt, ich habe nur... Ich glaube, ich habe nur... Ich glaube, ich habe nur Holzkohle. Normale Kohle habe ich irgendwie verbraucht, glaube ich, wenn ich denn überhaupt schon normale Kohle hatte. Bin mir aber auch gerade nicht so hundertprozentig sicher. Lass mal ganz kurz gucken. Und zwar... Ich habe mich wieder vertippt. Na ja, genau da. Das brauche ich dafür. Genau. Wo ist der... Hier muss doch auch der Coke-Oven sein, ne? Ne, Crusher. Hier müsste doch eigentlich... Also eigentlich gibt es ja... Gibt es ja die Holzkohle. Ach, ich muss Holzkohle dafür nehmen? Ah, ne, war immer cool. Ich kann Holzkohle im Coke-Oven herstellen. Das wissen wir jetzt auch neu. Aber wo ist denn die andere Kohle? Das hier ist doch die Kohle Coke. Genau. Und die wird hergestellt, indem man normale Kohle reinpackt. Und die normale Kohle bekomme ich nur, indem ich entweder das durchcrushe alles oder im Sieb, wenn ich Gravel durchschicke. Genau, ich muss Gravel durchsieben und dann bekomme ich leider erst normale Kohle. Okay. Das heißt, da müssten wir auch mal bei Gelegenheit beigehen. Oder was heißt bei Gelegenheit? Sogar ziemlich zügig jetzt. Weil ich will ja die Quest abschließen und ich brauche das ja. So, das bedeutet, wir machen das jetzt sofort. Das kommt mal weg. Das kommt jetzt hier drüben rein. Und wir müssen... Ich brauche Gravel. Wir brauchen Gravel. Gravel kriegen wir aus Stein. Zack. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwo Gravel habe. Ich bin mir nicht sicher. Deswegen werden wir das jetzt einmal kurz... Ich würde hier mal ganz kurz was umbauen. Und zwar können wir das ja auch mehr oder weniger automatisiert laufen lassen. Ich kann ja... Ich werde den Kollegen hier mal abbauen. Das Sieb. Genau. Zack, zack, zack. Das ist alles reingefallen. Sehr schön. Dann bekommst du nämlich den Hammer. Und machst damit Left-Klick und Use Item. Use Item. War das? Ja, ja. Use Item. Genau. So, und dann bekommst du... Dann machen wir da den Kollegen hin. Der bekommt jetzt Stone rein. Und der kriegt Right-Click, Generate Place Block. Genau. Und du müsstest das jetzt wegkauen. Oh, das war schon richtig gewesen, ne? Generate Click. Generate Click. Ja, alles klar. Das funktioniert. Das passiert. Fällt das auch alles hier rein? Ja, das fällt alles rein. Okay, dann kann ich das jetzt erstmal laufen lassen. Das passt. Und genau, hier müsste jetzt Iron fertig sein. Das heißt, wir können jetzt auch dazu übergehen, den Alloyous Matter zu bauen. Beziehungsweise den will ich jetzt auch bauen. Den müssen wir jetzt auch bauen. Und in der Zwischenzeit wird hier ein bisschen Gravel geschlagen, kaputt gemacht. Ich werde dann nochmal... Ah, ich glaube, so lange hält der Hammer gar nicht, ne? Ne, der hält vielleicht noch... Steht damit bei, wie viel? Ah, cool. Der kann 24 noch kaputt machen. Das sollte aber... Oh, ich bin hier voll in mein Loch reingefallen. Das sollte aber eigentlich auch rein theoretisch reichen für das, was ich brauche. So, da haben wir jetzt den letzten Block of Iron. Ich hoffe, dass es mit dem Iron hinhaut oder reicht. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ja, wir können das mal hier bauen. Wir müssen ja nicht so weit weglaufen damit. Und zwar brauche ich den Alloyous Melter, ne? Alloyous Melter. So, wir brauchen das Teil. Ich brauche drei Öfen, habe ich gesagt, ne? Also, eins, zwei, drei. Die brauche ich. Und ich habe schon wieder keinen Platz in meiner Tasche. Das macht nichts. Wir brauchen hier Gitter. Warte mal, ich lege das mal kurz da hin. Dann können wir nämlich diese Sache mal ganz kurz rauslegen aus dem Inventar. Ja, jetzt habe ich nämlich wieder ein bisschen mehr Platz. Dann brauche ich einmal Gitter für das, für den Käfig, für das Gehäuse. Dafür brauchen wir noch einen, noch einen Dings hier. Noch einen, noch einen, ähm, na, wie heißt das? Ähm, ich komme nicht auf den Namen gerade. Kondensator, genau. Ich sage ja immer gerne Stecker, aber Stecker ist ja eigentlich falsch. Das heißt ja Kondensator. So, das brauchen wir. Brauchen wir vier davon? Ne, wir brauchen zwei. Und ich brauche, achso, Kupfer habe ich da in der Tasche. Das passt. So, dann da, da. Und zack, da haben wir den Stecker, den Kondensator. Dann hier das Casing. Das haben wir dann jetzt auch. Dann haben wir alles, ne? Oh yes, wir haben den Alloyous Melter. Nice. Den Alloyous Melter brauchten wir nämlich ganz stark für, jetzt kommt nämlich die Vakuumchests zum Einsatz. Den brauchen wir nämlich hierfür. Wir brauchen nämlich diese Geschichte. So, jetzt ist der Hammer kaputt gegangen, ne? Mhm. Okay, das ist der Hammer kaputt gegangen. Das ist nicht so schlimm. Wir werden das einmal kurz wieder umbauen. Der hat jetzt ja schon, ähm, genug gemacht in dem Sinne. Also, für mich hat er schon genug gemacht. Das reicht mir so. Jetzt haben wir, warte mal, ich nehme den hier mal weg. Und der ist ja, ne, Place Block ist ja jetzt im Momentan eingestellt. Das ist natürlich auch nicht so gut, aber nicht so interessant. Wir stellen mal dort wieder das Sieb rauf. Da kommt das Mesh rein. Dann brauche ich Gravel. Gravel kommt da rein. Und Right-Click, genau. Use Item. Okay, ne, das war falsch. Genau, das ist richtig. So, einmal Gravel wieder weg machen und hier hinten reinlegen. Zack. So, dann kann der nämlich das schon mal durchsieben. Und wenn wir Glück haben, haben wir nachher hier unten schön, haben wir nachher hier unten schön Dings. So, jetzt ist natürlich die Frage, was brauche ich hierfür noch? Dafür brauchen wir auch, oh, das sind sieben, ne? Oh, das passt gerade so. So, weil wir müssen durch den Alois-Melder, müssen wir einmal ein Iron-In-Git durchschicken. Und, oh, das passt alles gerade so. So, pass mal auf, ich muss mal ganz kurz gucken. Okay, da ist, ah, da ist noch Platz. Das heißt, wir nehmen mal den Kollegen hier komplett weg. Zack. Ich darf nämlich nicht die Solaranlagen abbauen. Aber wenn ich die Solaranlagen abbauen würde, dann würde das, dann würde das die Energie, glaube ich, gleich, also die Energie, die da drin gespeichert ist, falls da Energie drin gespeichert ist, die würde dann gleich verschwinden. Ehe, die sind ganz schön stark, ne? Die Solarpanel. Die sind ja richtig krass. Habe ich nicht gedacht. Gut, das haben wir. Dann brauche ich jetzt, brauche ich die Enderperle. Oh, die habe ich da schon. Ich mache den erstmal auf, ich mache den immer erst auf Null. Und jetzt lasse ich den schmelzen. Wir kommen der Enderchest sehr, sehr, nee, der Vakuumchest sehr, sehr nah gerade. Ich hoffe, dass wir diese Folge hinkriegen. Und wenn wir das nämlich haben, dann können wir den mit den Mechanical Usern richtig durchdrehen. So, jetzt machen wir nämlich hier draus, machen wir die Nuggets. Einmal rein. Dann brauche ich den Deer, der irgendwo rumfliegt. Also ich weiß gar nicht, ob ich nur einen habe. Aber ich habe irgendwo Deers, definitiv. Wo haben wir die Deers? Wo haben wir die Deers? Deer, 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 deer. Da ist der Deer. Okay, das kommt hier rein. Hier ist übrigens Kohle rausgekommen. Sehr cool. Da müssen wir uns gleich drum kümmern. Dann kommt das jetzt da hin. Das hier hin. Jetzt haben wir noch einen Nugget über. Und ich bräuchte jetzt mal eine Chest. Die müssten wir aber oben irgendwo noch, glaube ich, haben. Chest, chest, chest. Also hier sind sehr, sehr viele Chests. Aber irgendwo müsste ich auch noch eine unaufgestellte Chest, glaube ich, haben, oder? Wenn nicht, dann müssen wir uns mal schnell eine craften. Okay, hier ist keine. Das heißt, ich gucke mal, ob hier noch eine drin ist. Nee. Und Holz haben wir auch nicht mehr so viel. Oh, wir haben echt nicht mehr viel Holz, ne? Habe ich drin noch Holz? Dass ich mir eine Chest craften kann? Das wäre ja, das wäre jetzt ja nicht so toll, wenn wir kein Holz mehr haben. Ich weiß gar nicht, können wir die wieder zusammensetzen? Ich glaube, da war auch irgendwie was, ne? Oder ging das nur bis bei Stone? Dass man die bei Stone wieder zusammensetzen kann. Da sind auch noch Slaps drin, ne? Oh, wir haben kein Holz mehr. Oh, oh. Oh, oh. Oh, da müssen wir mal kurz gucken, dass wir mal ein, zwei Bäumchen ziehen, ne? Ey, warte mal, wir haben hier dieses Holz. Ich glaube, ich habe gerade mein Holz entdeckt, welches ich brauche für die Quest. Stelle ich gerade fest. Ich bewege mich halt so langsam, ne? Aber ich will eigentlich auch, eigentlich will ich auch gar nicht so viel laufen. So, das kommt einmal hier rein. Dann kann da schon mal Schlacke entstehen. Und wir werden mal, ist hier Erde drin? Nee, hier ist auch keine Erde drin. Ich muss mal irgendwo, haben wir hier irgendwo noch ein Stückchen Erde? Ein Stückchen. Achso, doch. Wir haben doch hier hinten eine Dings-Ecke, ne? Wir haben doch... Oh, mir ist schon wieder sehr, sehr heiß. Oh, ich habe einen Baum aufgestellt. Oh, geil. Ich bin... Was ich nicht alles immer vergesse, ne? Ich habe einen Baum aufgestellt. Wie geil ist das denn? Die Flamme wird gleich tanzen, glaube ich. Oh, wie geil ist das denn? Das heißt, wir haben hier genug Holz, um eine Vakuum-Chess zu bauen. Oder um eine Chess zu bauen. Ich muss das nur irgendwie einstecken können, das Holz. So, haben wir alles? Ja. Da ist dann auch irgendwo einer drin. Das kann gut sein. Aber ich muss jetzt erstmal ganz dringend wieder rein. weil mir so warm ist, dass ich wahrscheinlich gleich... Gleich werde ich wahrscheinlich verbrennen. Burning down. Einfach instant. Aber wir stellen uns mal ganz kurz in den Kühlschrank. Dann haben wir das auch gleich wieder. Das wird nämlich schon ganz schön wieder... Das wird ganz schön... Wie heißt das? Ganz schön... Rot stichig die Farbe. So, einmal anwerfen, bitte. Oh, es war schön. Die Füße abkühlen lassen, ey. Richtig nice. Okay, danke schön. Das reicht. Jetzt müssen wir... Alter, wie viel Zeug hier halt rumfliegt, ne? Und ich habe halt wie immer keinen Platz. Kein Platz. Nirgendwo. Aber das Rumfliegen des Zeugs wird sich ja... wird sich bald auflösen. Also nicht auflösen, sondern das wird bald kein Problem mehr sein. Weil... Wir können eine Vakuum-Chess bauen. Und diese Vakuum-Chess saugt uns einfach alles auf. Oh, geil. Das ist richtig cool. Die Vakuum-Chess wird jetzt alles aufsaugen, was hier rumfliegt. Oh, das ist so cool. Und damit... Habe ich noch einen Hopper irgendwo? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Aber wir haben jetzt eine Vakuum-Chess. Gucken wir, wir haben eine Vakuum-Chess. Können wir die mal fotografieren? Pass mal auf, ich mache mal so. Zack. Jetzt haben wir ein Foto gemacht von einer Vakuum-Chess. Geil. So, hier ist noch Kohle drin. Die brauche ich definitiv. Lind kann mal raus. Damit wir noch ein bisschen weiter Holz einschmieren können. Beziehungsweise noch mehr Schlacke produzieren können. Beziehungsweise Öl. Das ist ja Öl, keine Schlacke. Dass wir da noch ein bisschen mehr haben. Das Haus hier ist echt cool. So, das kommt da rein. Weil hier ist jetzt erst... Na gut, es sind 500, sind schon entstanden. Das ist schon eine ganze Menge. Ich muss halt gucken, dass ich mein Inventar mal wieder aufgeräumt kriege. Beziehungsweise, ich brauche echt mal ein Lagersystem langsam. Ich brauche echt ein Lagersystem. Und auch mir mal... Ich muss mir echt mal Gedanken machen, wo ich irgendwelche Sachen ablegen möchte. Weil ich habe halt so viele unterschiedliche Lagergeschichten hier überall. Das ist der Wahnsinn. So, pass mal auf. Wir haben hier das Holz. Und wir sollen ja... Wir sollen ja... Water... Water... Müll... Heißt das nicht Watermill? Heißt das... Wir... Wir... Da. Okay, das hier sind die Segmente. Aber wir brauchen... Okay, wir brauchen mindestens drei... Drei brauchen wir schon für eins. Okay, wir müssen... Wir müssen definitiv Öl haben. Ich weiß jetzt nicht, ob schon Öl... Wie viel Öl schon... Wie viel Öl jetzt schon drin ist. Ob da jetzt vielleicht schon ein Bucket drin ist. Wenn da ein Bucket drin ist, können wir den, glaube ich, rausziehen. Oh ja, es ist schon ein Bucket. Ich glaube, das macht man so und dann so. Und dann haben wir hier das Öl. Und jetzt brauchen wir, glaube ich, acht Holzplanken. Und diese acht Holzplanken können wir dann einfärben. So, dann nehmen wir hier mal wieder Holz. Zwei Stück reichen, ja. So, das machen wir einmal so. Jetzt, genau, das einmal hier drum herum legen. Und dann kommt das in die Mitte. Und dann haben wir hier das gefärbte Holz. Beziehungsweise, das ist schon unterschiedliches, ne. Das ist horizontal. Und das ist so. Okay. Kann man das irgendwie... Okay. Das ist ja... Ist das jetzt so, so wichtig? Okay, das haben wir. Uns fehlen Sticks. Das ist klar. Zack, zack. Da haben wir... Okay, wir brauchen ja vier Sticks pro Element. Und wir brauchen... Wie viele Elemente brauchen wir? Nicht, dass ich zu viele mache. Wir brauchen vier. Das heißt, ich brauche... Ich brauche das hier schon alleine für die Sticks, ne. Ja. Das brauche ich alleine schon für die Sticks. So. Und jetzt bin ich mal gespannt. Kann ich das noch herstellen? Ja, das kann ich herstellen. Dann habe ich schon mal eins. So, jetzt fehlt mir halt noch mehr... Noch mehr Öl. Mehr und mehr Öl brauche ich. Wir brauchen mehr und mehr Öl. Wir brauchen sowieso mehr und mehr Holz. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das heißt, habe ich meine Setzlinge noch dabei? Ja. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal kurz auf unsere Rasenfläche. Und werden nochmal ein, zwei Bäumchen hinsetzen. Oh, okay. Das hat hier funktioniert. Das war alles komplett abgebaut. Das ist sehr gut. Gut, dann kommen jetzt nochmal... Hier kommt noch ein Bäumchen hin. Und da kommt noch ein Bäumchen hin. Und ich habe keinen Platz für einen Apfel. Ich habe auch tatsächlich gar keinen Platz in meinem Inventar, ne. Oh, doch. Es ist Platz entstanden. Dadurch, dass ich mal sortiert habe. Ha, cool. Wahrscheinlich war da irgendwie was... War da wieder irgendwas doppelt. Okay, wir haben jetzt zwei Bäumchen aufgestellt. Das soll auch erstmal wieder reichen. Da vorne ist noch ein bisschen... Habe ich noch einen Platz? Ne, ich habe keinen Platz im Inventar. Wir müssen mal ein bisschen... Oh, wir könnten einen Apfel essen, ne. Wollen wir einen Apfel essen? Ah, ne, will er nicht essen. Ist zu... Hat er schon zu häufig gegessen. Beziehungsweise gerade keinen Bock drauf. Auf einen Apfel. Apfel. Aber nichtsdestotrotz, wir haben heute... Auch wenn das jetzt mal wieder eine Eingewöhnungseinfindungsfolge mehr oder weniger war, haben wir echt viel geschafft. Ganz, ganz viel, meiner Meinung nach. Richtig, richtig viel. Alleine schon die Vakuum-Chest. Hallo, wie geil ist das denn, bitteschön. Na gut. Damit geht es hier auf jeden Fall morgen... Oder, ne, nicht morgen, sondern in der nächsten Folge lustig weiter mit den ganzen Gechest, Gedöns hier und so weiter und so fort. Das freut mich richtig. Wir können jetzt vollautomatisiert sieben lassen, ohne dass wir irgendwie großartig Angst haben müssen, dass die Items despawn, weil sie da rumliegen. Weil wir haben jetzt eine Vakuum-Chest, das heißt, die wird alles einsaugen, was da ist und dementsprechend weiterleiten. Diese ganzen Weiterleitungsgeschichten, das bauen wir jetzt nach und nach. Das ist jetzt aber nicht mehr... Das ist jetzt eher so Friemelkram, aber nichts mehr, wo man unbedingt viel Zeug benötigt, glaube ich. Alles klar. Ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich dafür, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Danke für das ganze krasse Feedback. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr möchtet, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.